Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Unterstützung, Lucy! Oh, da haben wir einfach eine Granate dazu. Die Granate macht Perfett-Schaden. Ja. Oh, ich hasse die anziehen. Eins haben wir da. Uff. Zurück zu Lucy. Lucy! Lucy! Unterstützung. There you go. Hopp, hab ich den Dippen erwischt. Das Ding wird eingesteckt, nur du hast ja doch Verstand. Der ist irgendwie nicht hergekommen. Der steckt hier mal. Ich war bei fast vollem Leben. Ich muss wieder alle Gespräche führen. Ah, ich bin bestraft. Ich bin bestraft mich grad.